Hi und herzlich Willkommen. Der Podcast trifft den Nerv der Zeit und entwickelt sich zu einer eigenständigen Plattform, dessen Verweildauer gegenüber anderen Content-Maßnahmen um 1900 Prozent höher ausfällt und eine wachsende organische Reichweite verzeichnet, bei gleichem Media-Invest. Das Ergebnis ein langfristiges Vehikel für die DAK, das Medium und Botschaft zugleich ist. Das Ergebnis ein langfristiges Vehikel für die DAK.